Ein paar Level hier. So, jetzt kann ich auch endlich wieder weitermachen. Zum Gott. Warum passiert mir das eigentlich? Weiß nicht, das Spiel mag dich nicht. Oh, jetzt die Steine hin. Ja, ich merk's. So, ich hab 29 Level, gut. Das, was ich wollte. Scheiße. Oh, scheiße. Bin ich jetzt den falschen Weg gegangen, oder was? Ich mach jetzt gnadenlos noch 100 Blöcke mit dem Törtelchen. Ach, fick dich doch. Dass man das auch jedes Mal neu runterladen muss, find ich nervig. Wie meinst du, runterladen? Ja, ich mach das ja mit Pastebin. Also, ich geb da einfach den Pastebin-Code ein und dann wird das Programm automatisch verwendet und du musst halt den Code jedes Mal neu eingeben. Okay. Also, nicht den Code... Ja, doch. Du musst es halt jedes Mal neu von Pastebin runterladen. Wenn du es hier irgendwie mal aufschreibst, oder so. Nein, das ist ja nicht das Problem. Ich geb hier immer Steuerung V, aber... Schon. Ist halt irgendwie leicht nervig, dass man nicht einfach das Programm einmal runterlädt und dann ist es auf dem Computer gespeichert. Also, auf deiner Festplatte. Ja, leicht. Ich hab jetzt Wendt of Excavation mit Glück 3 und... ähm... Repair. Beziehungsweise Charging. Läuft. So. Dann, wir sind übrigens bei 35 Minuten. Oh. Ich nicht. Ich nicht. Du nicht. Aber ja, neid. Wie sieht's aus mit Folgencut? Oder noch ein bisschen? Joa, Folgencut dann wohl eher. Ja gut, dann mach ich auch einfach ganz dreißen Cut hier. Ja. Ob dann eine weitere Folge kommt, sehen wir dann und ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Seid ihr überhaupt zu weit? Ja, ich schon. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge und ciao. 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 Willkommen zurück zum Serverprojekt. Der crazy ist jetzt raus, aber Mytronix ist immer noch da. Hallo. Deswegen nehmen wir jetzt zu zweit auf. Puh. Du hast doch den Ofen da, du kommst dann durch wie sonst was. Ja, wenn du es schaffst reinzukommen. Ah ja. Hallo, Dias. Jetzt bin ich bei 57. Respekt. Die müssen auch irgendwo Dias. Dias! Nein, da habe ich 60 wieder. Wie weit machst du noch? Bis 100, oder? What? Nee. Ich habe ja schon über einen Stack eigentlich an sich. Zu Hause. Ich mache jetzt halt noch die Quarry, also die Turtle-Reihe einmal durch und gehe dann wieder raus. Jetzt habe ich die Level auch zusammen. Sollte ich zumindest. Ich habe das ja gerade nur gemacht, weil ich Level gebraucht habe. Ja, immerhin, Hush. Dias, 60. Boah, ich hoffe, dass die Ziegelsteine endlich reichen bei mir. So, noch ein Stack. Oh. Mein Kerl ist gleich fertig Oh mein Gott, endlich Was hast du schon gemacht? Ich bin in die falsche Richtung gerannt Ja, ich glaube ich habe ihn Ja, endlich Juhu Jetzt muss ich mir mal überlegen Wie ich am besten jetzt Meine Geräte nach unten leite Perfekt Warum hast du dir jetzt auch einen Keller gebaut, so wie ich? Äh, ja Oh, cool So, kein Strom mehr Oh, ist auch dunkel Hm, blöd Was für ein Solarpanel hast du? Äh, vier Stück Standard? Achso, ja, Standard Aber vier Hm Immerhin Aber ich glaube, ich hau mir jetzt den 05.06.07.1 Mach dir doch gleich 8, dann kannst du ein Low Voltage Solarpanel draus machen Was bräuchte ich da für Zeug? Also Tin auf jeden Fall Nein, nicht wegschmeißen Die RE-Batterie Kohldas Glas Glas, Glas, Glas Kein Glas, klasse Juhu Nö, hab kein Glas Oh Gottchen Weil ich gerade mit der Pickaxe auf der Core den Computer Der vor meinem Eingang steht und der Passwort, der meinen Eingang Passwort sichert Weil ich den mit der Pickaxe angeklickt habe, bin ich gerade vom Server geflogen Ist doch schön Ja, sehr Ja, jetzt habe ich über, 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 über zwei Stacks An Dias Ja, willst du tauschen? Gegen? Ähm, lass mich überlegen Ähm Ähm Nicht so unbedingt eigentlich Ja, 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 kriegst du das Koks Ja, genau Jetzt stelle ich mir das Koks ja billiger selber her Hm, das sind aber 32 Stück Ja, stelle ich mir trotzdem billiger selber her Ist der Miserator eigentlich auch so schnell wie dein Ofen? Nur halb so schnell Kann ich kurz die Koks und Dirk missraten? Ja, wenn du reinkommst Ach, komm schon Das wird jetzt mein Standardsatz Ich stehe schon vor der Tür Ich schaue dir zu Gib die Hoffnung auf Kannst schnell starten gehen Ja Ja, gut Okay, ich bin Nicht schon lang So, was habe ich jetzt mit dem Buch eigentlich gemacht? Habe ich das hier reingelegt? Ja Irgendweltschweiler Low Voltage Ach wie, das geht gar nicht Leck mich doch Jetzt habe ich kein Rubber mehr Man kann das Nanos selber gar nicht verzaubern mit Lute Ja, dann mache ich doch bloß 6 Spannung Und ich habe nicht mal genug Level Na, was soll's Habe ich halt kein Looting Schwert Zumindest auch nicht Vielleicht auch nicht Äh, jetzt brauche ich 9 Ich habe 6 Ich kann schnell Für dich machen Nein, nein Passt schon Ich habe 34 Also Mich interessiert es eigentlich weniger Dann komm vorbei Darf ich rein? Ja, natürlich Ich gebe dir das Buch Und das Schwert Und du haust es einfach drauf Bei mir am Ende Am Ende? Ja Am Boss Achso Schwert Buch Und gut, dann kann ich ja wieder gehen Dann darfst du sogar meinen Messerator unten benutzen Bitteschön Dankeschön Oh, ziemlich groß Ja Wart Overclock Upgrades Schnell in den Messerator packen Oh, warte Ich schalte schon da oben den schnelleren Strom an So Jetzt Ach, wie schön das ist Wenn es so schnell geht Ne Der Ofen ist aber krank schnell Der pfeift den ganzen Stack in 12 Sekunden durch Noch nicht Du musst erst die Overclock Upgrades reintun Also warte Warte noch, bis das Deck komplett ist Dann schauen wir uns das Ganze mal an So, jetzt pack ihn komplett rein Ach, wie schön ist das Ich feier das so hart, Alter Schick, schick Danke Kein Ding Ah, jetzt rieche ich aber auch wieder Strom endlich Komm schon du her, böse Skelett Ist es ein Wöder Skelett? Nein, das stinkt wans Schade Ah, bevor ich das mache Oh Ich hüpfe einfach mal ganz dreist über dein Haus drüber Ja klar, macht ja nix Vorher lade ich noch schnell meine Quantum Schuhe auf Hast du grad ausgenuckelt? Was? Hast du grad ausgenuckelt? Ja, mein Monster Achso Der hier schon seit Stunden leer neben mir steht Stunden Oh, ich muss mich ganz kurz muten Oh, Pfeife, Alter So, wie du da? Dass du immerhin so eine Mute-Funktion hast Das gibt's bei meinem Mikro gar nicht Hast du viel Mikro? Das, äh, T-Bone SC440 Keine Ahnung was USB-Großmembran-Standmikro Achso So eine Art Studio-Mikrofon Im Kleinen Im Kleinen Auf jeden Fall ziemlich gut Ero Relativ gut Glaub ich Nicht, dass ich mit euch Jungs ein Problem hätte Oder so, aber ihr geht mir ganz schön auf den Sack Was ist das Gewette? Nein, ein Zombie-Pigman Auch immer plötzlich vor einen Fallen, während man gerade zuschlägt Ach, Scheer Ja, mehr oder weniger schön Sticky Racine, hey Da bist du Ich hoffe ja, dass sie sich auf Dauer beruhigen Grün ließ ich überhaupt Ja, also hier Also es gibt eine Hälfte, die ist jetzt Aggro auf mich, die andere Hälfte nicht Okay Scheiße Aua Anus selber tut's sein Brauche ich denn drei Stück Ein Copper Cable brauche ich noch Ein einziges Ach, hat's sogar noch Äh, hier muss ich Nein Nein Ich fall einfach so viel runter Oh, und einfach mein Lava springen Das hatte ich auch gut Ja, dir macht's ja nix Naja, ne, wenig Ne, eigentlich macht's mir tatsächlich überhaupt nichts Wie lange hast du dir die Kontumrüstung gebraucht? Ja Nicht sonderlich lang Ich glaub so 35 Folgen Dann war sie komplett Wobei ganz komplett ist sie eigentlich erst heute geworden Also könnten auch schon so 40 Folgen gewesen sein Aber wie viel bist du jetzt? Weiß ich nicht Vielleicht 40? Hm Toh, jetzt hab ich verrottenes Fleisch gegessen Hm, klasse Bis jetzt seh ich noch keinen Vorteil Mit dem Schwert Wie meinst du mit dem Schwert? Ja, also ich hab jetzt dadurch nicht unbedingt mehr Köpfe bekommen Also ich hab jetzt bis jetzt noch keinen einzigen Ach so Leider Und das ist ja eigentlich das, worauf ich hinaus will Die Köpfe Komm, jetzt sind drei Ich war in Iron und ich bin fertig Oh, mein Hundi Oh, mein Hundi-Belt Ja, Hundi, du hast einen Hund Ja, zwei Stück Ja, Hunde Und sind cool Naja Ich hab einen Kater Kater, Katzen sind viel cooler Sind sie nett? Ach doch Sind sie trotzdem nett? Doch Nee Kannst sagen, was du willst Du hast Unrecht Ja, glaub mal, dass du willst Immer noch kein Kopf Ähm Jetzt hab ich vier Solar Pernas gemacht Was brauch ich denn noch? So ein Ding Low Voltage Solar Äh, Low Voltage Kondition LV-Transformer Verdammt Oh Gott Das Ding ist ja einfach Das ist end easy, ne? In der Welt hab ich so wenig Coppock Ich hab dann hier Amokal Ich mein Coppa ja Zu 90% aus Juju-Matter mittlerweile Ja, du hast ja auch Juju-Matter Ich verkauf Juju-Matter übrigens Direkt vor meiner Tür, ne? Hey, wie das? Mit so einem Trade-O-Mart Wie viel kostet's? Äh, ein Stück vier Eisen Ja Und aus drei Stück kriegst du zehn Kohle Oh Es gibt ein Problem mit diesem Anruf Ja, krass Es gibt ein Problem mit diesem Anruf Ja, und Da sag ich ja wieder Willkommen zurück Es hat bei mir jetzt die Schön wieder der Ton verstellt So, jetzt passt's wieder Also, ich brauch Holz Hier hab ich Holz Copper Cable hab ich mir Beim Kopf hab ich zwei Einer fehlt mir noch Ah, dann hast du ja endlich Hä? Was hab ich falsch gemacht? So, unten kommt auch eins Und So Shit Wo ist jetzt mein French 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 Wo bist du? Ich find dich nicht Doch da bist du Okay, wie macht man jetzt den Modus nochmal? Ähm Mode, Switch, Key M Und Dann irgendwas anderes Rechtsklick Ach, Scheiß Jetzt hab ich schon wieder Aus dem Zombie-Pickman gehauen Das ist jetzt ein bisschen blöd Jetzt hab ich keine Energie Um es insgesamt wegzuholen Ich bin nur noch 1290 Muss ich warten Das ist 10.000 Mhm Aber da bin ich auf der sicheren Seite Kannst du schlafen gehen? Im Neta nicht Aber du kannst schlafen gehen Und Äh Solange ich im Neta bin Kannst du ja auch allein schlafen gehen Ach so Seit wann geht das? Fuck Das geht immer schon Also ich Buff jetzt einfach mein Zeug mit Redstone Na, ich ist grad egal Ach ja Geht ja ziemlich schnell Ich hätte aber Kann ich eigentlich in die Badbox Äh Lavazern reinhauen? Äh Nein Oh schade Brauchst einen Geothermal-Generator für Wobei ich nicht weiß Ob ein normaler Generator Auch reicht Aber ich nehm's mal nicht an So Hauen wir mal das letzte weg Ei Ei Immer noch kein Schädel Finger weg Ach komm Ich brauch doch noch einen scheiß Schädel Ah Da sind gleich What the fuck Also nicht Dass mich hier irgendwas noch stören könnte Dank der Quantumrüstung Aber Einfach mal 5 von diesen Blazes Ja Und ich hab mein erstes Low Voltage Nice Davon jetzt noch 8 Stück Und du Noch Noch 7 Stück Und du hast dein Medium Voltage Dann bist du so weit wie ich Äh Jetzt GoFrat Bei mir immer dann Dann Lehn ab Hab ich Ja Ich sehe auch wie die Energieanzahl Ein bisschen hoch geht Deswegen stell dich doch in Skype Einfach auf beschäftigt Während du aufnimmst Ja Ja Kodide Äh Du kriegst es wenigstens nicht mehr mit Wenn nicht jemand anruft Hm Sollte ich wohl mal machen Okay Ich muss wieder jetzt alles nach unten Verlagern Ich weiß nicht Wie ist es jetzt Ich glaub der Raum ist ein bisschen zu klein Das sollte größer werden Wenn ich bis hierhin noch Aha Ja Ich spring immer so gerne übers Ziel hinaus Mit diesen Schuhen Da war ich wieder kurz Oh Gleich Drei Skelette Habe ich ihn Ja man Ich hab den letzten Kopf Oh und ich hab den Wither Debuff Mach ich ihn in der nächsten Folge Mach ich ihn in der nächsten Folge Natürlich Der Wither Debuff ist tatsächlich der einzige Buff Der irgendwie mir noch Schaden machen kann Und überhaupt vergiften geht bei dir Das kann sein Aber das macht mir Schaden Hast du eigentlich deinen Kerl so groß gemacht Wie dein komplettes Grundstück Fast glaube ich Ich glaub nur fast So Ja gut Dann können wir die Folge auch von mir aus beenden Ich muss nur noch nach oben fliegen Und ich halt nur nach Hause Dafür hüpfe ich wie immer über dein Haus drüber Ja Vier Eisen Ingots geben dir einen U-Meter bei mir Ja und was bringt dann Wenn ich hier viele Wie macht man U-U-Meter Aus U-U-Meter Diamanten Brauchst ein neues Stück für Dann machst du einen Diat raus Ne Dann lasse ich das lieber weg Aber Copper kriegst du aus 3 10 Copper für 3 U-U-Meter Na das ist schon was Der macht dir einfach einen Handel auf Ja natürlich Ich kann's halt Ja gut Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen Und man sieht sich in der nächsten Folge Tschüss Dann sag ich auch mal Bis zum nächsten Mal Und haut rein Ciao